Hallo, es kommt zu einer neuen Folge, Let's Play Minecraft, ähm, wie hieß noch mal das Projekt? Keine Ahnung. Irgendwas mit Epic. Seht ihr auf jeden Fall im Titel. Jetzt lagts gerade ein bisschen. Ah, der Server lag gerade, wir sind die einzigen auf dem Server. Ähm, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Iron gesammelt. Was wir heute bewerten, benutzen werden. Richtig, ich hab benutze werden, nur ich muss leider den Open wiederfinden. Wo werden zu hin? Ich weiß nicht, wo das Eisen ist. Ah, hier, ich hab das Eisen. Okay, warte, ich komm zu dir. Okay, ich hab einigermaßen viel Eisen. Ich könnte schon eine Eisenbrust bauen. Ich habe nochmal elf. Warte mal, wie viel hätte ich denn? Dann werden drei Eisen übrig. Ja, komm, ich hab jetzt einen Ironbus gebaut, hier, nimm du mal. Danke. Dann baue ich mir gleich noch einer. Oh, ich fahr so lange ein bisschen Stein, weil... Bisschen Gold hab ich auch, das kann ich schon mal schmerzen. Sollen wir uns aus dem Goldrüstung oder, ähm... No, ich hab einfach, ich hab einfach Stein gefolgt und Eisen. Was sagst du aus Goldrüstung oder goldene Äpfel? Goldene Äpfel. Okay. Natürlich. Rüstung wäre eh dumm. Okay, dann renn ich mal weiter. Wir zeigen auf jeden Fall nicht unsere Koordinaten. Ja, ich, der, das Eisen schmilzt eh gleich gerade noch. Ich hole noch ein bisschen. Ah, ich will dir noch einen Weg zeigen. Also ich hab so ein Golderlstung noch so gefunden. Äh, weit unten. Achso, jawohl, ich komm sofort. Ich hab noch fünf Eisen hier gefunden. Ich find überall Kohle. Ich nehm jetzt ein bisschen Kohle mit, für später. Also wir müssen gleich noch mal zur Mitte wegen dem Schwein. Aber Diamanten benutzen wir doch nur zum, ähm, verzaubern, ne? Also, oder wenn wir danach nur Diamanten übrig haben, dann nicht. Aber erstmal zum verzaubern, damit wir voll verzauberte Ironrüstung haben. Äh, kommst du kurz? Äh, ja, ich komm. Wie viel Eisen ist schon gebrannt? Äh, ist das wohl hier so, dass, ähm... Also da ist jetzt noch 24 Eisen drin. Hast du, hast du einen Apfel? Nein, noch nicht. Wir können da gleich noch, wir müssen ja eh noch Holz fahren. Ich brauche mir noch. Äh, ich brauche mir schon mal eine Steinaxt. Upsala, lecker. Alter. Alter, was war das? Alter. Ja, das ist so, was? Wir müssen tauchen. Lecks richtig drauf. Wir sind nicht bei dir leckts. Schäuble doppelt auf einmal. Ja, kann sein, weil mein Mikro das doppelt aufnimmt. Also, wie gesagt, immer noch mit Facecam. Äh, ihr seht mich ja. Facecam, oder wenn nicht Facecam, dann habt ihr gelöten. Dann ging meine Facecam nicht. So, dann habe ich schon mal ein bisschen Iron. Äh, soll ich Eisenschwerter bauen? Ja, eigentlich, weil die Schutzzeit ist noch nicht vorbei. Das bringt eigentlich noch nichts. Alter. Was geht's mit dem Server los, ey? Oh, ich habe eine Eisenhose. Bei mir liegt es gar nicht, also. Wahrscheinlich wegen der Aufnahme. So, wo hast du die Eisenhose? Die nächste Eisenhose gehört mir. Ja, ich habe mir gerade zehn Eisen gefarmt. Da liegt eh, das ist eh noch irgendwie 20 Eisen drin, also. 20? Ach, da ist noch ein bisschen. Bisschen. Ich habe vier Level. Ja, ich habe zwei. Und mein Essen wird knapp. Ja, wir gehen gleich wieder hoch, dann können wir zum Schweines kommen. Wie viele Essen hast du noch? Äh, sechs gebraten Fleisch. Oh, okay. Ähm, ich habe jetzt noch sechs Eisen. Was soll ich daraus machen? Äh, warte. Also, baue dir erstmal einen Helm, nee, einen Helm. So. Ich habe jetzt, ich kann dir eine Eisenhose machen. Äh, ja, dann baue ich mir eine Eisenhose. So, okay, habt ihr eine Eisenhose gemacht. Komm her. Warte, ich komme sofort. Ich habe hier noch keine Eisenspiele, sage ich, das auch wichtig für mich. Ja, 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 ich habe hier dann sechs Eisen. Ich brauche ein paar Spinnenwege, aber. Okay, wo hast du den Bogen? Oder, Angel erstmal. Angel ist, kann ich mir jetzt schon eine Hose gebaut, oder? Wo sind wir? Ja, komm her, dann baue ich uns beiden Spinnen. Welche Motore machen wir eigentlich? Also gehen wir direkt in den Kampf, oder? Für eher, sagen wir, wohnen hier, chillen. Okay, wir chillen, da. Chillen. Vor deiner Höhle liegt, na. Okay, ich habe schon mal eine volle Rüstung. Okay, dann habe ich schon mal fast volle Iron-Rüstung. Wie lange haben wir noch Zeit? Äh, diese Folge ist erst in zehn Minuten vorbei. Ich habe noch eingebaut, bis falsch. Weil das Aufnahme-Rugam muss ich kurz nachschauen. Äh, und, äh, ja. So. Wie machen wir denn mal weiter? Ach, nehmen wir erstmal alles mit raus. Und jetzt, nein, 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 achso. Raus erst, oder komm mal wieder? Ich will dir sagen. Ich will dir noch was zeigen, ich will dir noch was zeigen, komm mit. Ja, ich zeig mir noch was. Atelier, ist der wo da oben? Oh, egal, du oben, du oben. Hä, ne, ja, doch, ja. Hier, hier war das, ja. Hier ist Gold. Okay. Noch keine Eisenschlüssel. Das war ein Gold, ein Gold. Schon sechs, ja. Okay, warte, ich kann mir auch Bogen und Angeln machen. Also, da ist Lapislaz, wie Redstone da oben ist, äh, noch Eisen. Redstone würde ich nur abfahren, um Level zu bekommen. Loll, was? Loll. Was hast du? Jo, was war das? Da ist noch überall Eisen. Ihr habt das doch gerade auch gesehen, oder? Wie ich so zurückgebackt wurde. Du leckst auch ein bisschen auf Skype. Ja, mein Internet ist gar nicht das Pistum. Ich hab ja wieder gut wissen, halt. Äh, schon ein bisschen Pistum. Bist du wie Netzer zu reden? Ich hab ein paar Pistum geholt. Na, hab ich doch gar nicht mehr. Nein, nein, nein. Bist du dort? Nein, ich sag halt übel zerschreckt. Ich dachte jetzt, so stirbst du, ne? Das ist erstmal Kies auf mich, richtig viel Kies auf mich, war ich aufgefallen, ey. Äh, wir sind die Einzigen auf dem Server. Naja, acht, ich hab acht Eisenherz. Toll. Nochmal. Acht, äh, wo bist du? Weißt du, du bist irgendwo hingerabend. Ja, ich geh gerade irgendwo lang. Lapslazuli, gibt Lapslazuli XP. Also ich, wie ich kann uns jetzt nochmal, ich hab jetzt nochmal 12 Eisen. Oder, nee, 13. Ich hab ja auch noch ein bisschen. Okay, damit haben wir jetzt Volliron oder so. Äh, ich mach mir noch ne Eisen. Ich hab 10 Eisen. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Bist du nicht weiter reingranden? Wir treffen uns einfach mal draußen. Okay, ich seh dich, ich seh dich. Achso, dein Name. Wo bist du denn hier gerannt? Hö? Ach, da bist du. Äh, da brauchen wir es, warte, was war da? Hey, da liegt Lack, der Lapslazuli. Das ist der Punkt, die hier ist scheiße, hier ist scheiße. Ah, lass mal hochgehen, lass mal hochgehen. Wie viel Kohle? Was gerade scheitern kommt. Ah, ja. Ich dachte, schön. Ich muss kurz meine Sounds weiter machen. Okay, hier ist das Lava-Teil, hier können wir wieder hoch. Was? Ich muss mal die Folgen von den anderen gucken. Äh, die sind, glaube ich, in der Beschreibung verlinkt. Da hast du noch, äh, sehr viel Eisen. Okay. Ich könnte ein bisschen müde aussehen in der Facecam, weil ich gerade sechs Stunden lang geklettert bin. Klettermarathon. Okay, dann gehen wir mal, ey, wir gehen das mal hoch. Komm, wir gehen das mal hier und dann bauen wir uns hoch. Oh, ich bin jetzt mehr, also. Na, wow. Komm, 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 komm. Komm komm, 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 komm komm. Wie kommen wir oder hoch ty rice. Hochgehen? Wo geh, wo, geh gehen geht, hochgehen geht auch schnell. Ja, aber hast du dann? Ich geh mal hoch, okay. Wo ist denn der Weg nach oben? Es sind überall Wege. Warte, komm mit. Ist das ein Weg nach oben? Eigentlich nicht ganz. Komm mit. Schön, dass man den Weg wieder zu braucht. Bitte? Da geht's weiter. Das weißt du so genau. Ja. Ich bin der Profi. Boah, das war ein krasses Skill-Move. Du hast einen tollen Orientierungssinn. Ja, also ab hier können wir uns einfach hochbauen. Okay, na da ist schon die nächste. Okay, hier geht's auch weiter nach oben. Du musst erst mal gucken, wo du bist. Dann müssen wir jetzt nicht so viel Stein verschwenden. Da bist du. Okay, hier baue ich mich jetzt nach oben. Wir sind wahrscheinlich schon fast da oben. Ja, wir sind auch schon fast da oben. Mein Starr, ey. Ich habe... Das ist immer so, ich fahre immer sehr wenig Stein. Ich habe immer so 20 Steine, wenn ich... Was war das? So, erstmal hochbauen. Ey, gleich ein bisschen Holz formen. Ja klar. Ich brauche auch ganz viel Holz. Ich habe noch 48, 46. Aber wir brauchen trotzdem mehr. Wie lange dauert es dann? Wie weit sind wir denn mit schon runtergegangen? Die ersten Fights kommen wahrscheinlich morgen entweder in unserer Folge oder in den Folgen der anderen Leute. Die werde ich dann verlinken. Wenn ich das hinkriege. Okay, hier ist schon mal Ausgang. Ich werde mir heute auf jeden Fall noch ein paar Videos von denen angucken. Okay, wir sind draußen. Ich farbe schon mal Holz. Ich habe mir schon eine Steintrittsackung gemacht. Danach direkt in die Mitte. Kurz noch Holz formen. Holz ist jetzt nicht wirklich schwer zu farben. Ich habe mir eine Steinachs gebaut. Ach, da ist die Mitte. Alter, wieso ist da eigentlich ein Dschungelbaum Holz? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Erstmal ein Verklasse. Ich glaube, dieses Projekt ist nicht dafür, oben Häuser zu bauen. Naja. Lass mal gleich auf diesen Dschungelbaum. Aber der geht, glaube ich, bis nach oben. Also Facecom kommt ja auch gleich eh und schließt in den Server. Ja, also könnte es sein, dass meine Aufnahme gleich stoppt. Oder ich vom Server geklickt werde. Ja, dann kannst du einfach da abmoderieren. Okay, 5 Uhr. Nein, ich glaube, er kommt erst drauf und dann schließt, ja. Kann man eigentlich die Woli abbauen. Ja, ich habe die Woli abgebaut. Ich habe ein Schild. Was? Ich planze das jetzt wieder hier hin. Noch ein Schild. Ach, hier sind die wahrscheinlich die anderen alle gestartet, ja. Kuchen, hm. Unser wurde einfach geleert. Schlimm. So. Unsere Kuchen wurden gepresst. Ich habe denen dann eine Nachricht hinterlassen. Oh. Wo hast du denn noch eine Nachricht hinterlassen? Hier ist auf jeden Fall ein Creeper explodiert. Guck mal, hier ist einfach Redstone. Was können wir alles abfahren? Davon in der Mitte was abfahren? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Okay, wir machen das jetzt einfach nicht. Okay, wir machen das jetzt einfach nicht. Ja, ich habe da eh schon, guck mal, ich habe hier was draufgeschrieben, ja. Was hast du geschrieben? Die sterbenden Verlierer. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber. Lollo. Wir müssen bald mal weiter weg vom Spawn, weil die anderen Leute wissen natürlich, dass wir jetzt am Spawn sind. Laufen wir gleich die letzten drei Minuten vom Spawn weg. Ey, wir müssen gleich noch das restliche Eisen brennen. Ja, ja, wir rennen erstmal gleich weg. Ich weiß auch nicht, ob man hier was bauen darf, aber. Ist egal. Ich weiß auch nicht, was dieser... Wenn nicht, dann verlieren wir halt ein Leben hier, ja. Na, nee. Wir wissen das ja nicht. Wir waren ja nicht beim Stand dabei. Oh, du bist einfach ein Schwein. Ja, wir waren ja nicht beim Stand dabei. Das ist krass. Ich darf nicht abgebaut werden, warte, ich will mir auch ein Schild kaufen. Ich will auf diesen Dschungelbaum, ich weiß nicht besser, was ist das? Können wir ja auch gleich in der Comfy fragen, was. Ja, die fragen wir gleich mal. Ähm, wie braucht man denn nochmal ein Schild? Ja, das bleibt so. Ey, da war noch ein Comfyrap drin, ne? Bist du ganz oben und wieder? Ja, wie? Ich bin immer noch oben. Achso. Darfst du das? Junge, hör. Nein. So. Guck mal, was ich da drauf geschrieben habe. Hahaha. Okay, eine Minute noch. Ey, wo ist Werbung? Achso, ja, kann ich wieder einen planten, wenn du willst. Tada. 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 Okay, warte, ich mach mal jetzt erstmal einen Eisenhelm. Kann ich auch gleich mal machen. Ich hab aber mal den Leber hat. Wenn die da hat. So. Was ist das? Du bist aber gut. Du bist aber gut. Oh, wie viel Fleisch hast du denn? Hä? Ja, ganz. Bratet das. Äh, ich hab drei. Ja, ja, das Brat hat immer noch Eisen. Ja, dann bauen wir noch einen Ofen. Ja, dann bauen wir noch einen Ofen. Da kann ich dann... Oh, Hot Topic hast du ja schief, ne? Nur mit einem englischen. Das Hot Topic. Hä, wo ist meine... Ach so, okay. Oh, jetzt auch noch Aquare Hardware. Hast du doch gar keinen Eisen aus dem Ofen genommen? Ja? Doch, eigentlich schon, aber... Das ist immer so, das ist... So, dann brauche ich mir immer einen Helm und... Wir brauchen noch mehr Fleisch. Da unten? Ne. Ah, ich bin der Wild 6. Ich bin der Beste. Der graue Lederhelm, den behalte ich immer einfach in meinem Inventar. Weißt du, was wir brauchen? Einen Kugelfisch. Ja, Profi halt, ne? Müssen wir nachher mal angeln. Stimmt, ich mach mir jetzt direkt mal angeln. Okay, wir haben ganz wenig Zeit noch. Die Aufnahme wird jetzt beendet sein. Wir müssen jetzt... Mach rein! Oh, wir müssen schnell das Abbauen hier. Äh, wir verlängern mal kurz. Ich hab vergessen, wie man einen Bogen macht. Wir müssen kurz verlängern. Ist nicht schlimm. Äh, ist nicht schlimm. Ist nur, wir müssen hier nochmal alles abbauen. Oh, Ronan, wir müssen alles hier abbauen. Sonst... Naja, wie... Wie... Wie macht man noch mal einen Bogen? Ich hab's vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie man einen Bogen macht. Endergames. Äh, rechts... Links am Rand ganz voll mit, äh... Den Kappern. Spielbem? Ja, genau. Und dann... Ein... Wie so ein... Wie so ein... Halbkreis so. Also oben in der Mitte eins. Dann rechts in der Mitte eins. Und unten in der Mitte eins. Und unten in der Mitte eins. Los geht's hin, damit Leute uns nicht spawnkillen können. Ich geh ins... ins Wasser. Ups, oder? Ich bin daneben geschwungen. Und dann spawnen wir so die Schiefe und dann... Okay, runter. Okay, tschüss. Äh, ich habe... Es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschau! 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 Tschau!